Hallo und herzlich willkommen zu Fee Simulator und zwar im Stream heute, tatsächlich weil ich Lust drauf hatte. Und äh, ja, wir legen einfach mal los. Ähm, ja, ich sag's dann nochmal. Hallo und herzlich willkommen beim Fee Simulator. So, und äh, lerne Schlösserklacken Level 1. Die Frage ist, wo machen wir das überhaupt unten durch? Ah, ah, unten am Tisch. Äh, ach, haben wir jetzt noch gar nicht gelernt. Äh, nee, geht's. Schlösserklacken... ...Schufe 1. Win. Great. Now, go buy yourself a DIY simple lockpick on Tools for Thieves. Okay. So weit ich das weiß, haben wir schon gemacht. Äh, DIY... ...die Tisch. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. ... ... ... ... ... ... Okay. Ehh... Epsilon Greenview Street. Da-da-da-da-da-da. De-da-da-da-da-da-da. Greenview 101. Die Blume schlafen bis 6 Uhr. Schlafen, super. Nee, Quatsch. Dann gehen wir raus. Hehehehehe. Hehehehehe. Okay. Okay. Kann ich irgendwie... Oh Gott. Markieren haben wir gemacht. Der eine ist nicht zu Hause. Okay, den haben wir gleich gleich Zeit. Ehh... Spiel... Tasten. Kann ich hier ran zoomen? Und ich glaub da... Später... Fällt was für... Routine der Bewohner. Wenn du nah genug bist, kannst du einen Bewohner markieren und mehr über eine tägliche Routine herausfinden. Standardmäßig mittelboraussetzung, ja. Auf dem Park mal schlafen. Verfolgungsjagd. Ehh... Okay. Wir müssen ein bisschen warten. Bis... Auf erstes 7 Uhr. Wann geht da ungefähr? Eine halbe Stunde? Ob ich jetzt mal schlafen kann eine halbe Stunde oder so? Ehh... Achso. Ehh... Ich weiß nicht. Ich glaube ich... Ich lass das mal lieber nicht, dass es denn... Zu wenig Zeit ist. Wir schauen ihm ein bisschen zu. Können wir schon mal gucken, wie hier reinkommen. Am schlausten. Hier schon mal nicht. Können wir nicht einfach vorne durch die Tür gehen oder? Bleib mal schön sitzen da, wo du bist. Ähh... Und bei den Nachbarn reingehen und blödsinn. Wir müssen nur einfach durch die Tür. Oh. Okay. Eine Schachtel. Einfach ein bisschen beobachten. Einfach ein bisschen. Einfach ein bisschen... Ja. Einfach ein bisschen... Not ein bisschen. Ja. Los geht... So, wir haben Zeit, aber auch ein bisschen. Nicht zuhause, wir können rein. Ähm... Ne, gatsch. Oh, oh, ich bin hier durch. Heide-Tür aufgelassen? Nein, nein, nicht. Ne... Nicht ganz... Kriss! 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 Was, was, was jetzt? Was, komm ich jetzt raus? Ehh! Kann ich Fenster einschlagen? Ne. Komm ich ja jetzt hier rein? Gar nicht, oder? Na gut. Also beim Training war es mit dem Dich-Richt gerade ein bisschen einfacher. Na gut. Hat sich erledigt. Wir fahren nochmal zurück. Nach Hause. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Wir sind zu Hause. Ehm. Lockpick, wenn wir kaufen. Ehm. 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 alles mitnehmen nix 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 ok eine schachtel sonst können wir nicht mitnehmen und wir müssen an dem vorbei müssen warten dass der weg ist sei denn der bieter nicht Untertitelung. BR 2018 Jetzt gehen wir hin. So. Wir verkaufen jetzt die Sachen. So, die Fernseher natürlich. Welcome back. Willkommen back. Sag ja. WELCOME BACK. Na? Was will mal? Hä? Ah, jetzt. So. Äh, Fernseher verkaufen. Nee. Radio Top. Und den brauchen wir noch. Gut. Dann zack. Und zack. Ab nach Hause. Äh, nach Hause. Da, 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 du, du, ab nach Hause. Auf nach Hause, auf nach Hause. So. Okay. Dann... Black Bay. Verschick die Kirche in Black Bay. Sucht Auto, Telelektronik, Küche, andere. Kiste mit fragwildenden Inhalt. Verkaufen. Die Lombardis think their friend on Greenview needs a new window. But they think the one they got is fine. Go prove them wrong. Okay. Okay. Schlag ein Fenster in eine 12 ein. Und verstecken oder fliehen. Okay. Machen wir. Let's go. Mal schauen. Schleichen. Schleichen. Parallel. Nee, nee, wir wollen... Die Watsons, da wollen wir hin. Äh. Falls einer fragt, so parkt man. Äh. Das ist noch nicht... Hallo. Oh nein. Jetzt hat der Mieter denn für ein Problem. Ich möchte sie doch nur beobachten. Danke. Okay. Hallo, junge Dame. Ich darf also keine Leute mit meiner Brechstange verprügeln. Das finde ich gemein. Diese darf ich niemanden mit meiner Brechstange vermöbeln. Liegt die jetzt wieder hier? Nein. Hopp. Ah. Okay, ich hab nichts gesehen. Kann ich jetzt eigentlich hier schlafen, obwohl es nicht der Parkplatz ist, sag mal? Nee. Muss ich jetzt also zurück zum Parkplatz fahren und dann schlafen zu gehen? Man kennt's, man kann natürlich nur auf dem Parkplatz parken. Äh, schlafen. Parken natürlich kann man nur auf dem Parkplatz. Nein. Zack. Ich darf mal schlafen gehen, bitte. Hallo. Kannst du... Geh jetzt nicht richtig auf dem Parkplatz. Ist das eben nicht parkplatzig genug? Ah, jetzt geht's. Okay, der Spiel ist jetzt 13. Okay, dann starten wir bis 15 Uhr. Na, fahren wir mal zurück. Zack. So. Oh. Wir sind ja hoch. Okay, nee, warte mal. Kann ja gleich wieder umdrehen. Oh. Pssst. Ganz ruhig, hat keiner gesehen. Äh, 13. Fünften, reicht das nicht? 17 Uhr. Gehen wir mal 17 Uhr. Bloß kein Umfahren hier. Meine Güte, ich will immer... Nein. So, und rückwärts. Und wieder raus hier. Mal wieder vorbeischauen, wo es gereicht wird jetzt. Nicht ganz, aber wir werden die restlichen Ludwigs wieder mal warten. Wir fahren mal bei denen hier... So. Sieh Hund. Darf ich sie mal anschauen? Sehr schöne Charaktermodelle hier. Also hier können wir uns auf jeden Fall schon mal verstecken. Das ist schon mal ganz gut. Mhm. Aha, aha. Natürlich ganz unauffällig, wenn direkt vor der Mülltonne unser Auto rumsteht. Mitten auf dem Platz hier. Aber naja. Oh, hallo. Okay, jetzt ist es unbekannt. Bis hierhin. Sie schlägt nicht mehr. Das ist aber sehr wagemutig. Na, okay. Sie ist gleich raus. Und... Er ist, glaube ich, ähm... noch drinnen. Also müssen wir noch ein paar Stunden warten. Bis 1 Uhr. Oder 0 Uhr. Ah, wir warten 0 Uhr. Zack. Gehen wir mal zurück. Ich weiß nicht genau. Wie hier die Zeiten sind. Okay. Warten wir hier. Warten wir, bis sie wieder nach Hause kommt. Oder er vielleicht geht. Sie ist es. Okay, sie ist noch zu Hause. Und er noch nicht. Also er kommt erst später wieder nach Hause. Hallo. Guten Tag. Ich mach hier nichts. Was hat sie? Aha. Gniedige Frau, sie haben da ein paar Löcher im Arsch. Ich würde die mal... Naja. Wer hat denn hier... Oh mein Gott. Sag mal, wer kann denn hier nicht fahren? Wer hat denn hier das schöne Schild umgefahren? Ja gut. Die Zebrastreifen, da brauche ich jetzt kein Schild für, ne? Das sehe ich auch so. Und von da ist er noch eins. Also passt das schon. Okay, jetzt wissen wir es nicht. Okay. Sie geht nicht raus. Oh Gott. Wir sollen nur das Fenster einschlagen. Ich könnte noch ganz kurz reingehen und vielleicht ein, zwei Sachen mitnehmen. Das muss aber sehr schnell gehen, tatsächlich. Weil er ist gleich wieder zu Hause, wenn sie gegangen ist. Ja, wir schauen dann mal. Das ist ein sehr geringes Zeitfenster hier. Ich würde sagen, wir hauen das in der Küche ein. In einem Schlafzimmer. Im Schlafzimmer werden die bestimmt Sachen haben. Ich glaube, ich hau das mal... Hallo. Hier ist alles ganz normal. Wie soll? Hier passiert nichts Ungewöhnliches. Bitte gehen Sie nach Hause. Danke. Mann, geh mal nach Hause jetzt hier. Hau mal ab. Hau mal ab. Madame. Sie ist nicht zu Hause. Okay, sie geht jetzt. Dann ist sie weg. Hallo. Sie soll gehen. Fahrrad. Glaub doch schneller, Mädel. Oh. Weißt du was? Das ist noch mal anders. Machen wir doch nicht anders. Juhu. Machen wir doch nicht anders. Okay. Hallo, Polizei. Hallo, Polizei. Okay. Die wussten, dass ich drin bin. Scheiße. Wieso? Wieso wussten die das? Äh. Okay. Nein, wenn jetzt ist es. Wenn jetzt ist es so. Hallo. Ich. Hallo. Ich würde gerne. Hallo. Ich liebe sie. Bitte kommen sie zurück. Wieso kommen sie nicht zurück? Kommen sie wieder ans Fenster. Das ist schön hier. Wir vermissen sie sehr alle. Ähm. Wir müssen wieder warten. Okay, also. Ich mach schon mal auf. Wir laufen direkt los. Schlagen das Fenster ein und fahren weg. In die Richtung. Schaffe ich das? Okay, nee, warte. Erstmal. Ganz toll. Ähm. Schaffe ich das, hier drüber zu fahren? Ich glaube, das sollten wir hinkriegen, oder? Ja, sollten wir hinkriegen. Fahren wir hier geradeaus einfach. Dann drehe ich mal das Autofix. Nicht wundern, das muss so. Einfach keine Fragen stellen. So. Gut, ich brauche sie. Also wir können, wir können keine Sachen klauen. Sehen, die haben einen Schrank im Haus, was ich nicht glaube. Ja, wo doch, die könnten einen Schrank im Haus haben. Dann können sie uns im Schrank verstecken. Aber es ist mir gerade noch ein bisschen zu heikel, wenn ich noch nicht weiß, wie das Haus von innen aussieht. Deswegen hauen wir jetzt mal das Fenster ein und verpieseln uns dann. So schnell wie möglich. Ja, das ist ja auch toll hier. Nicht zu Hause. Ja. Hauen sie ab. Das ist ja auch toll. Ja, das ist ja auch toll. Nein, egal. Wieder rein hier. Du musst ein Deal mit Standard-Locken lernen. Wenn du dir nicht sicher bist, was du tun sollst, suche am PC nach Hinweisen und weiteren Jobs. So, was haben wir? Haben wir, 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 okay. Ähm, Lernschlösser knappen zwei. Haben wir schon, Lernschlösser, Schufe zwei, haben wir. Na, okay. Standard-Training-Floss. Brauchen die Triche. Lassbar. Kaufen die Triche. Hm, die werden mir tausendmal abbrechen. Ich weiß es genau. SA. Okay. 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 Hinweise brauchen wir nicht, glaube ich, ne. Wir fahren aber mal los. Ja, aber, let's go. Zack. Einmal einsteigen, bitte. Äh, Greenview Street. Wir müssen jetzt in die 113. Weiß nicht, ob ich doch gar nicht. Ich glaube, 113, wenn die Pauls. Aber ich glaube, die haben, ein großes Haus. Äh, 113. Dann, jetzt mal deren Tagesablauf klären. Das könnten wir eigentlich überall machen. Überall mal vorbeigehen und einmal den Tagesablauf klären. Ja, gut. Wir müssen sowieso für die Emissionen machen. Ich park mal hier. So. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Äh, ich würde sie gerne anschauen. durchs Fenster. Und ihre Tagesmusik mit klauen. Dürfte ich das mal kurz. Einmal. Bitte, danke. Ah. Danke. Jetzt weiß ich, wo sie sind. Okay. Der eine geht gleich raus. Der andere bleibt drin. Deswegen mache ich es, glaube ich. Ich könnte auch über das Fenster gehen. Ah, jetzt ist es zu laut, ne? Das Fenster ist viel zu laut. Das haben... Da hat die Tür. Okay, die kommen wir noch nicht. Okay, wir müssen also durch... Durch das Gartentor durch. Wenn ja erwartet. Oh, guack. Als ob ein Schraf. Zu bei給ulisierem. Ähm. Ob ich hier draußen schon was klauen kann? Ich kann schon was klauen. Ja, okay. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit warten. Da ist ein Handy. Ja, okay. Wir müssen das Bad auf jeden Fall. Ähm. Die ist nicht zu Hause. Aber sie ist noch da. Weil sie sich festgepackt hat. Und nicht rauskommt. Wie sieht die mich jetzt? Ich glaube, die sieht mich nicht. Aber die sollte nicht zu Hause sein. Wieso backt die? Das ist doof. Was soll das? Der ist so gemein. Ja, okay. Wir sind schon mal. Okay, jetzt ist es unbekannt. Was hat denn die Tippen? Oh. Meine Güte. Okay, sie sollte nicht zu Hause sein. Sie ist aber noch da. Ich glaube, die ist ein bisschen rumwaggig. Äh. Das ist blöd. Die Frage ist... Was macht man da jetzt am blödesten? Können wir da überhaupt noch rein? Vielleicht geht's ja irgendwie mit und checkt den Ruh. Oh, da hinten ist ein Typ. Aber ich glaube, sie sieht mich nicht mehr, ne? Ich sie es nicht zu Hause. Sie sieht... Tut nur so, als wäre sie noch da. Ja, gut. Kriege ich denn irgendwie... Oh, Notizen? Okay. Vegas, Icardas, die Watson, die Powells. Schlafzimmer. Jetzt geht er gleich zur Toilette und dann ist er auch nicht zu Hause. Wir haben aber nicht wirklich viel Zeit, glaube ich. Aber ich kann sie noch... Also sie ist noch da. Sie ist noch als Player angezeigt. Das heißt, es kann sein, dass wir gleich rennen müssen. So, dann haben wir nicht mal Zeit, um das Auto zu gehen. Ich renne dann einfach gleich los. Weil ich würde dann gleich hier reingehen, wenn er zur Toilette ist. Und dann rausgeht. Aber ich glaube, sie wird uns dann entdecken. Dann müssen wir halt nochmal laden. Es ist verblöd, aber... So soll man machen. Kann die jetzt auch nichts für, dass ich da einfach mal so festballe. Wie auch immer das passieren konnte. Weil eigentlich, wenn man rausgeht, da vorne ist ja die Eingangstür, dann wäre die normalerweise da rausgegangen. Also, dann nimmt man nach vorne raus. Aber sie ist halt einfach hiergegengelaufen und läuft jetzt die ganze Zeit gegen die Wand. Bzw. dann bleibt er einfach stehen. Und dann kommt die Eingangstürze. Das war's. ja gut sie kann uns aber trotzdem hören aber sie macht keine laden weil dieser gar nicht hier eigentlich ja soll sie doch gleich im backpack irgendwie gleich im rucksack gegenstände kopfhörer 30 wecker ja ist in ordnung oh nein wie war das jetzt noch mal das hausbildsbuch das hausbildsbuch oh man das war schneller ich kann das mitnehmen ich kann die verstecken wenn ich das möchte jetzt und 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 ja Hey Klappe, du bist nicht mal da. Schau den Drucker. Tschau, Fantaus, alles klar, super, aber warten wir wieso, ja, gut, ja, ja, ist in Ordnung, ähm. Für die nächste Aufgabe, ich muss euch lernen, wie ein Ladiks, wie ein Mannspider, weißt du? Na ja, ich weiß, Spider-Man kennen wir doch, weg auch, Kopfhörer weg, Wecker, die Glastasse, das war total unnötig, toll, Smartphone, Smartphone, zack, wir müssen natürlich nochmal rein, ähm, zack, haben wir gemacht, haben wir noch gerade gemacht, abgeschlossen, sollte da stehen, nicht, angenommen, das haben wir doch gerade kaputt gemacht, das Klo, und wir müssen das nochmal machen, weil es nicht gut genug war, ich meine, die alte hat sich auch einfach festgepackt, Was soll ich machen? Was soll ich machen? Skills. Okay, ich brauche einen, müssen nochmal los, einsteigen. Wenn wir jetzt nochmal irgendwo einbrechen, dann nochmal Sachen klauen, ähm, weil wir sind auch nicht vom Level her gut genug, weil wir gerade eben seit diesem, diesen Back hatten und dadurch nicht genug Erfahrungspunkte gekriegt haben, weil sie einfach mal gegen die Wand gelaufen ist, was auch immer sie da getan hat, ähm, wo gehen wir denn mal hin? Weißt du was? Wieso ist denn hier, nein, nee, denn, denn will ich nicht, hör auf, geh weg, das ist ja gemein. Jetzt wissen wir, jetzt können wir gucken, wann einer von dir nach Hause kommt. Erstmal neu zu tun, verwende einen Dietrich, um ein einfacher Schlüssel und dann eine Schlüssel zu eröffnen, drücke, die hast du genau da, wenn der Schiff ganz unten ist, ja, super. Jetzt weiß ich auch, dass die Fenster nicht zumachen können. Das ist echt, das ist kacke, dass ich sie jetzt mal neu aufmachen muss. Ich will erstmal warten, bis einer von denen nach Hause kommt, damit wir genau wissen, wie lange die weg sind. Äh, und die hier? Ah, die sind noch da. Hi. Ich glaube, die sind relativ lange nicht da, kann das sein. Guten Tag. Nazi. Schöner morgen, nicht wahr? Finde ich auch. Warten, 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 warten. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ich das Fenster hinten aufmachen kann, aber ich will erstmal... Wo bleibt die denn? Kommen die vielleicht irgendwann nochmal nach Hause? Ah. 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 Jetzt kommt sie nach Hause. Okay, okay, da wissen wir Bescheid. Dann fahren wir jetzt einmal zurück. Wundert mich, dass kein Auto da war. Uh. Ah. 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 So, einmal schauen. Notizen. Bei den Powels. Die sind vier, also fünf Uhr morgens. Ne. Doch, fünf Uhr morgens. Äh, dann machen wir mal bis vier Uhr. Ah. Super. Ja. Ne, warte mal. Wir müssen sowieso warten, bis beide weg sind. Macht also keinen Sinn. Äh. Warten wir mal. Sechs. Jetzt sollte ja entweder schon weg sein, oder auf der Toilette tatsächlich. noch ein Schlafzimmer. Noch ein Schlafzimmer, okay. Das dauerte ganz schön lange. Gar keiner gesehen. So. Hören wir schon mal die Tür auf. Okay. Zeig. weg. Der Mieter schläft. Also der Mieter mal chillen. So. Kleben uns wieder hier hinter. Okay. Sie ist auch diesmal wirklich weg. Also sie ist gegangen auch. Also sie klebt jetzt nicht wieder an der Wand fest, weil sie nicht weiß, wie man aus der Tür geht und zur Arbeit geht oder was auch immer sie macht. So. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch warten, bis er aufsteht. Hier können wir... Wir können hier wieder was klauen theoretisch. Weil das Radio hatten wir schon... Na, wir haben wir schon gehabt. Ich will vielleicht schauen, dass wir ein bisschen was anderes klauen diesmal. Wunder... . Oh nein. . . . Chris. . . . Be advised to come focus in your episode. Be advised to come focus in your episode. Weiss keine. Psst. Schnitt. Schnitt up. Be advised to come focus in your episode. Be advised to come focus in your episode. Ja. Ich weiß. Suchen sie mal nach einem Auto. Ist in Ordnung. Oh ne. Jetzt geht er zu... Oh nein. Jetzt hat er sich da festgewackt. Be advised to come focus in your episode. Ja, dann... Ja... Ja... Hm... Ein Geld... Oh, ein Handy... Das kann nicht auch egal sein, wo ich parke. Mensch, was denn hier los? Lass mich doch parken, wo ich das möchte. Im Pfeist-Land. Ich habe nichts. Das Radio wird, lass ich hier. Beim Kind ist nichts. Ein WLAN-Huge nehmen wir aus. Bisschen Geld, bisschen Geld. Und das Radikum ist doch mitnehmen. Ne, wir haben Platz. Und das Bild... Ne... Zenni... Zenni nehmen wir mit. Das Bild... Ach... Kann nicht hier bleiben. Äh... Die Wiengase... Okay. Ich muss einen Topf... Äh... Okay, hier kann ich nichts mehr gucken. Die Mikrowelle kann ich nicht mitnehmen. Die sind mir ins Auto gefahren. Und dafür, dass sie mir ins Auto gefahren sind, muss ich Geld bezahlen. Okay, die Polizei kommt jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, das wird nix. Wir sollen bloß hier drinnen einmal durch sein, bevor... Officer ist drin. Okay, Officer kommt. Officer ist drin. Officer weiß, glaube ich, nicht, wo ich bin. Was? Oh man... Ich darf also nicht... Ich fände einfach mal irgendwo parken. Okay. Dann jetzt nochmal... Kann hier eigentlich so egal sein, wo ich parke, ne? Ganz ehrlich. Hauen Sie ab. Sie haben ja nichts zu suchen. Gehen Sie nach Hause. Los. Hauen Sie ab. Ich will hier doch nur in Ruhe einbrechen. Also... Mann, was ist denn los? Darf man hier als Einbrecher nicht nochmal seinen ehrlichen Job machen? Gehen Sie nach Hause. Mitten in der Nacht. Was für Hell? Hau die Fesse! Die sollen, hey... Was hast du mit dir zu tun? Hau die an! Hau die an! Hau die an! bitte was was will der Typ hier? Hallo er hat zu Hause zu sein warum an unserer anderen Schlafzimmer zu liegen eigentlich was hat er da außen zu suchen? was soll denn das? okay jetzt hat sie sich festgepackt jetzt hat er sich festgepackt das ist natürlich sehr schön da freue ich mich total dann gehen wir jetzt einfach woanders anbrechen park mal da hinten bevor ich wieder einen ungewöhnlichen Ort geparkt habe brech ich halt hier ein die Martins das ist nur eine Lüge die wohnen hier gar nicht die waren noch nie zu Hause die haben sich gerade alles neu gekauft weißt du jetzt klaue ich ihnen wieder alles eigentlich schon traurig und gemein tadaa kann ich auch den drin nichts erhauen kriegt dafür was kann nichts erhauen aber es bringt mir nichts gut dann werde ich nicht laufe jetzt aber nach Hause zum Pfandhaus meine ich ich gehe jetzt mal zum Pfandhaus okay jetzt bringt mir gar nichts okay bei den reingehen bringt gar nichts willkommen zurück willkommen zurück wir müssen wirklich irgendwie schauen dass wir zwar nur vernünftig reinkommen ich glaube ich gehe nochmal bei der 112 rein oder oder ne da waren wir noch nie drin das ist auch blöd ja die Pauls ist wirklich die einzige wirklich gute Lösung toll ein alter Toaster gerade verfahren nicht mal die Martins ne die Karte sind gerade nicht zu hause ne los lauf los boy hat das hier einer oder die keine let's go Teezeug und Hopf aber was die Bakers sind aber nicht zu Hause oder Die haben ja gar nichts. Die sagen gar nichts, dann haben wir nicht gar nichts. Nee, geh raus. Na, na, eh. Na. Raus hier. Uh. Okay. Gut, haben wir eben die auch wieder weggehauen. Das ist auch in Ordnung. Wow. C? Wieso? Wieso nur C? Welcome back. Welcome back. So, dann gehen wir bei den Karten. Da ist wieder rein. Mann, Mann, Mann. Das ist aber sehr anstrengend hier. Über einmal einbrechen. Und danach, wenn wir bei dem gerade gleich eingebrochen sind, würde ich sagen, beenden wir den Stream und die Aufnahme mal. Das ist dem hier schon eine Stunde. Das sollte reichen. Kann man mit zufrieden sein. Oh, so. Die 111. Nicht zu Hause. Okay, also wer würden wir denn da? Ich fülle dann nochmal zurück. Oh. 10 Uhr. Okay. Okay. es ist sehr schön den fernseher gleich mit und hier ist nichts drin habe ich nicht neu gekauft die faulen doch immer wieder mitnehmen was die kiste ist diesmal nicht da bei dem fernseher mit und dann noch mal los es konnte wieder eine zu ich habe hier zu tun ich habe ja einen schock zu erledigen schneller lauf 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 fernseh rein und die falsche seite zack einsteigen das handhaus super jetzt haben wir und dann ja in der aufnahme sage ich schon mal tschüss bis zum nächsten mal